Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen endlich mal wieder zurück zu einer weiteren Python Challenge aus dem Vorstellungsgespräch und zwar diesmal von LinkedIn. Und ja, heute wollen wir uns angucken, was diese Challenge eigentlich ist. Denn im Endeffekt war diese Challenge schon gar nicht mal so arg schwierig. Und im Endeffekt geht es darum, wir sollen aus einer Liste an Punkten, also zum Beispiel sowas hier, 0, 0, also quasi zweidimensionalen Punkten. Dann haben wir hier noch 1, 1 und so weiter und so fort, zum Beispiel hier noch 5, 5 und ja, natürlich unsortiert, sollen wir rausfinden, welche Punkte davon am nächsten dran sind an 0, 0. Okay, das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel unsere Liste ist, dann sollen natürlich hier 0, 0 und 1, 1 rauskommen, weil 5, 5 obviously weiter weg liegt. Und wenn wir zum Beispiel nur einen Punkt haben, dann soll nur 0, 0 rauskommen. Das heißt, wir wissen aber auch nicht, wie viele Punkte davon wir hier finden sollen. Also es könnten 3 sein, es könnten 2 sein, einer, keiner. Genau, und das ist im Endeffekt unsere Aufgabe. Wir sollen eine Funktion schreiben, die das für uns tut. Also nearest points zum Beispiel. So, nearest points nimmt natürlich die Punkte p und es nimmt die Anzahl k an Punkten, die wir raussuchen wollen. Und das wollen wir hier einmal ganz kurz schreiben. Zunächst einmal, wie würdet ihr hier anfangen? Nun, ich hätte jetzt hier gesagt, okay, ich würde als allererstes tatsächlich, glaube ich, die Differenz, also den Abstand berechnen zum Ursprung. Und wie wir Abstand berechnen, sollte klar sein, a² plus b² gleich c². Das heißt, wir haben hier natürlich 0, nehmen wir einfach mal am besten den Punkt hier, nehmen wir 1, 2, okay? Dann haben wir hier natürlich auf der x-Achse 1 und auf der y-Achse haben wir 2. Und wir suchen natürlich die Distanz vom Ursprung hierzu. Das heißt, nicht auf der x-Achse und dann auf der y-Achse, sondern wir suchen den kürzesten Weg dazu. Und dementsprechend brauchen wir a² plus b² und daraus im Endeffekt eigentlich die Wurzel. Aber zum Sortieren ist uns das eigentlich relativ egal. Denn wir wollen ja eigentlich bloß die, naja, die Entfernung eben haben. Und die Punkte könnten auch rein theoretisch natürlich negative Werte haben. Das heißt, hier minus 1 und 2 oder sowas, klar. Und ja, daher würde ich jetzt hier tatsächlich hergehen und a² plus b² rechnen für jeden einzelnen Punkt. Das heißt, für p in, okay, vielleicht nicht für p, sondern wir nennen das hier mal p's für Punkte, ja, Points. Für p in p's machen wir folgendes. Wir berechnen folgenden Wert und zwar Distanz ist gleich eine leere Liste, wo wir natürlich jetzt die ganzen Punkte reinpacken. Das heißt, Dist ist gleich p von 0 zum Quadrat natürlich. Das heißt, mal mal 2, das ist quasi zum Quadrat, also a² plus b², was in unserem Fall natürlich p von 1 mal mal 2 wäre hier. Und ja, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen, dementsprechend. Aber ja, wir können das nicht einfach so, äh, klar, natürlich hier nicht Dist, sondern Dist.append meine ich natürlich. Aber das Problem ist natürlich jetzt immer noch hier, wenn wir das machen, haben wir hier nur die Distanz eingefügt. Und das ist schwierig. Wie sollen wir am Ende von der Distanz wieder auf unseren Punkt kommen? Dazu müssten wir das Ganze wieder zurückrechnen. Deswegen würde ich hier gerne ein Tupel einfügen mit unserem Punkt noch dazu. Und würde ich hier gerne einmal Sorted ausführen auf unserer Dist. Und ja, Sorted mit unserer Dist, das werden wir uns gleich mal angucken. Ähm, aber das lassen wir jetzt erstmal ganz kurz so. Und das können wir eigentlich schon fast zurückgeben. Ich würde es jetzt hier allerdings trotzdem gerne mal ausprobieren. Ähm, wobei, Sekunde. Eigentlich möchte ich gar nicht Sorted verwenden, sondern eigentlich Dist.sort. Denn dadurch bleibt das Ganze in place und wir brauchen keine zweite Variable hier zu kreieren. Und Dist ist eigentlich auch völlig in Ordnung so. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie eigentlich Dist aussieht. Ähm, ja, ich sollte vielleicht die Funktion auch noch aufrufen. Upsi. Ähm, nearest. Ey, 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 was ist denn los? Nearest Points von X und wir wollen die zwei größten haben. So, jetzt mache ich hier noch ein paar weitere Variablen rein. Also das hier ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil das ist eigentlich alles relativ, ähm, sagen wir einfach mal langweilig gewesen. Deswegen sagen wir hier, ähm, wir importieren noch random und dann random.randint von 0 bis 10. Und genau dasselbe machen wir auch nochmal random.randint von 0 bis 10. Dann haben wir nämlich, ähm, Werte zwischen 0 und 10, beziehungsweise eigentlich könnten wir hier von minus 10 bis minus, äh, bis plus 10 gehen. Und wir brauchen natürlich das Ganze, wie oft, naja, vor Bodenstrich in Range.rand.randint. So, wie lang soll unsere Liste werden? Ich würde sagen auch bis maximal 10 Elemente. So, und dann printen wir uns hier erstmal kurz X aus und am Ende printen wir uns erstmal DIST aus. So, und das sieht so aus, ähm, das ist natürlich so nicht gewollt gewesen. Ich meine hier natürlich von 0 bis 10. So, wobei 0 ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir schon 5 bis 10. Okay, aber ja, wir haben jetzt hier offensichtlich minus 10, 0, 9,4, 10, minus 9, 10, 2, 2, 1. Und wir sehen hier, ähm, wir haben jetzt hier mehrere Werte. Wir haben einmal 5 aus 2,1, das ist das hier, das ist quasi unsere Entfernung. Und 2 Quadrat mal 1, äh, plus 1 Quadrat ist 5 offensichtlich. Das heißt, dieser Punkt hier wurde ganz nach vorne gesetzt. Der hat die niedrigste DISTANZ. Dann kommt 97, das wäre der Punkt 9, 4, das ist der hier. Dann kommt minus 10, 0, der ist natürlich auf 100 DISTANZ. Dann 104, das ist der 10, 2er Punkt. Und 10 minus 9 ist natürlich ganz weit weg mit 181. Okay, sehr schön, das ist schon mal unsere sortierte Liste. Und naja, jetzt wollen wir natürlich nicht DIST irgendwie printen, sondern wir wollen was returnen. Was wollen wir denn returnen? Nun, eine Liste wäre ganz cool. Und zwar, was für eine Liste? Naja, eine Liste, die eben die Punkte enthält und nicht die Distanzen. Das heißt, ähm, x von 1, also den Punkt und nicht die Distanz, für x in DIST. So, und jetzt printen wir das Ganze mal noch. Ähm, also printen wir hier nearest points direkt raus. Und das sieht dann so aus. Und das heißt, wir wollen, wir geben hier einfach quasi eine sortierte Liste zurück nach der Distanz. Jetzt haben wir hier aber immer noch das Problem, dass wir eigentlich nicht alle Elemente haben wollen. Also minus 5, 2, schön und gut, wenn das, das mag richtig sortiert sein, aber ich möchte ja trotzdem eigentlich nur zum Beispiel k Punkte haben. Und wenn ich jetzt k zum Beispiel auf 2 setze, möchte ich nur die ersten 2 Punkte haben. Das heißt, ich sag hier von 0, also von Anfang an bis k. Und dann bekomme ich hier 2 Punkte zurück. Und jetzt kann ich mich hier einfach für k zum Beispiel auch einen random integer, random.randint von 1 bis 4 oder sowas nehmen. Und ja, dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, das zu bekommen. Und dann kriege ich eben hier in dem Fall jetzt die ersten 3 Punkte, also die Punkte, die am nächsten dran sind, zurück. So, jetzt haben wir natürlich hier immer noch ein Problem und zwar, ähm, if k größer die Länge von unserer Dist, dann geben wir einfach nur, ähm, beziehungsweise dann setzen wir einfach k auf Länge von Dist. Dann haben wir halt einfach die Funktion quasi falsch genutzt und wir geben halt einfach das Maximum zurück. Das ist das Einzige, was wir hier jetzt noch machen würden. So, wunderschön eigentlich, das Ganze ist sehr gut geworden und auch recht easy gewesen eigentlich. Jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, wie aufwendig ist das Ganze, also wie viel Aufwand steckt in dieser Funktion Nearest Point. Und hier diese Berechnung, die würde man in O von 1 bewerten, also O von 1. Und dann haben wir hier das Punkt Sort. Wir wissen, von Python ist das Sortieren sehr, sehr effizient, aber trotzdem, soweit ich das zumindest weiß, in N log N. Das heißt, beziehungsweise in unserem Fall in, ja doch, in N log N sollte richtig sein. Und dann haben wir hier diese Überprüfung, die ist in O von 1, die interessiert uns nicht wirklich und das hier ist auch in O von 1. Das heißt, das eigentliche Aufwendige hier ist das Sortieren und das kriegen wir in N log N hin. Ähm, Space Komplexität, also wie viel zusätzlich einen Speicher wir brauchen, der ist begrenzt auf exakt dieses Dist Array hier. Wir hätten natürlich auch alles in, ups, auf alles in Place machen können, wenn wir das wollten. Aber wir haben uns dagegen entschieden, wir haben hier einfach dieses Dist genommen und dadurch haben wir das Original-Dings hier nicht verändert. Und damit haben wir eigentlich einen Speicher von O von, ja, O von N Inhalten, also quasi O von N Größe. Ähm, ihr könntet das Ganze wahrscheinlich noch effizienter gestalten, wenn ihr Heaps verwenden würdet, dann müsstet ihr wahrscheinlich nur O von K zusätzlichen Speicher berechnen. Aber ich denke, das sollte zumindest soweit in Ordnung sein. Und ja, ähm, freut mich, dass ihr so lange dabei wart. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, das war's eigentlich nämlich schon. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!